Ah, es ist sehr gut. Habe ich jetzt drei? Zwei. Wo ist das letzte? Geschafft! Oh, was haben wir denn hier? Sehr schmach. Wenig nützlich. Sehr schmach. Beschissen? Beschissen? Sehr schmach. Obwohl... Ich weiß drauf. Was haben wir hier grünes Fass? Sehr schmach. Ja. Gelbrot. Gelbrot. Ja. Okay. Was war diese Seite? Ah, die Wäsche. Wo ist das letzte Bind? Hi. Alba. War das alles? In der Tat. Okay. Ah, was haben wir hier? Blau, Orange, Orange... Obwohl, du bist Falschen, oder? Ah, in der Tat. Ich habe meine Skillpunkte nachhofen gegeben. So. Hier sind wir, glaube ich, richtig. Wo ist das denn? Hi. Ist das etwas härter? Nein. Bleib hier. So. Nein. Das haben wir rot, grün, grün, rot, violett, violett, äh, rot, grün, 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 violett... Aber das war ja nicht. Egal. Das erkenne ich nicht. Wenig nützlich. Das hat wenig nützlich. Aber macht nichts. Hi. Wieder einer weniger. Komm mit dir. Hier. Ich komme schon. So. Ah, hier ist das letzte Vincent. Sehr schwach. Kein Problem. Oh, Schlüssel. Für Catherine Schlüssel. Sehr schwach. Ich kann nicht mehr tragen. Meine Güte. Ich kann nicht gleich... ...ausflippen. Gold. Gold ist immer gewohnt. Ich mag Gold. Wenig nützlich. Mist. Mist. Geschafft. Sehr schwach. Brauche ich nicht. Sehr schwach. Wenig nützlich. Brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Die Resistanz ist auch schwach. Segen. Hier geht's raus, glaube ich, oder? Ja. Hier geht's raus. Okay. Es geht voran. Es geht voran. Wo muss ich hin? Ich weiß nicht mehr. Viele Möglichkeiten haben wir nicht mehr. Wir haben hier... ...Stirb. Hi du. Was ist jetzt hier? Au! Hilfe! Wo, 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 wo. Ah! 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 Du bist ein bisschen härter, ha? Okay. Nur ein... Ah! Ah, vor allem wenn wir mal Zauber wieder etwas... ...nachgelassen haben. Dau! Helft mir! Hilfe! Fuck! Und Kerze! Au! Scheiße! Hartnäckige Typen! Ich kann das nicht reparieren. Alles voll so gut wie neu. Da ist kein Platz mehr. Alles so gut wie neu. Ich würde gerne helfen. Ich muss dann echt mal mein Inventar aufräumen. Sehr schwach. Beschissen. Hm. Wenig nützlich. Sehr schwach. Solarstrahl. Na ja, Solarstrahl, das ist so ne Sache. Wenn er trifft, hm. Hm. Sehr schwach. Schlechte Handschuhe, schlechte Handschuhe. Geschafft. Zuck, 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 zuck. Das bist du. Schwache Rüstung, allerdings. Ah, ist nicht mehr viel wert. Oh. Hallo? Ihr seht nicht wie die normalen Anhänger will nehmen es aus. Hallo? Entschuldigt bitte, aber wer seid ihr denn? Hey, Hände weg! Hilfe! Okay. Das war niedlich. So. Geschafft. Was nehme ich noch? Meins, 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 meins. Rot. Grün. Grün. Rot. Grün. Sehr schwach. Blau. Okay. Das war das. Nach Deja, nicht? Gut, dass hier draußen keiner damit ein Problem hat, dass ich eine... Entführte Frau mit mir rumschleppe. Naja. Ist halt so. Sieh zu, All. Hallo? Ihr wollt reisen? Ja, nach Deja. Es geht sofort los. Hm, komisch. Okay. Zwei Aufgaben zum abgeben. Nämlich... Du hier? Unbeachtlich. Ihr habt Hingabe wahrgemucht und die Kraft der hohe Gewalt gezeigt. Ein so edles und wundergeschrubbeltes Griff. An diesen Garten wollen. Und... Gefangtraten. Rechtfertigt ist wirklich, euch eine Nemesis zu nennen. Oder ein Nemesis Komplizen. Geht nun in die Welt und lasst euren Namen gefürchtet werden. Nemesis. Cool. Ja. Und jetzt geht. Ich will allein sein mit meinem Opfer. Ha, 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 ha. Ah, was am hinten noch? Setnik Unterschatten. Ja, genau. Ich muss noch zertalieren. Auch noch. Was soll ich noch zertalieren? Ja, das ist natürlich... Ha! Ha! Ah, die, immer schon so rot? Oder ist das in der neuen deutschen Version dazu? Ha! Kommt mir nicht bekannt vor. Kommt mir nicht bekannt vor. Ja, wir stehen in die Kameras. Der ist da. So. Zombie! Hi! 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 Ha! Ah, Unterschatten war... Ja. So, es hast du also vollbracht. Er untersucht zur Hoffnung durch den Deutsch. Dann seufst du ja. So stammt mir... Sie stammt mir sehr nahe. Doch Gefühle sind der Feind des Scharfssins. Selber hätte ich diesen Auftrag nicht erleben können. Ich danke euch. Ihr seid nun wahrhaftig Assassinen. Die Meisterliebe unter euch werde ich ausbilden. Hier ist eine geringe Bezahlung. Sie soll die Ausgaben für ihre Arbeit decken. Dankeschön. So, und wir können eigentlich noch... ... die Gemete abgeben. Was ich machen werde... ... in Totali... ... was ich... ... in... Kann ich direkt nach Totali reisen? Hallo? Ihr wollt reisen? Macht nichts, dann fliegen wir hier. Das geht genauso schnell fast. Ah, der gemälde Typ ist... ... hier. Wundervoll. Diese Serie suche ich schon seit Jahren. Ihr habt euch die verschlossene Belohnung mehr als verdient. Hier. Hoffentlich ist es genug. Ja, ich mache weiter. Ähm... ... im Labyrinth von Nigon. Das ist eine gute Frage, das Labyrinth von Naigon. Das ist eine wirklich gute Frage. Ich bin mir nicht mehr sicher, wo dieses Labyrinth genau war. Wird da gerade gezaubert? Es war nicht hier, es war... ...war der Blödsinn. Mal sehen. Nur ein Katze. Nur eine leichte Wunde. Oh, nur ein Katze. Oh, herr. Ja, mal sehen. Ich muss dieses Labyrinth herausfinden. Nur eine leichte Wunde! Ooh, Katze! Wow, 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 wow. Gar zuck. War das alles? So, hei du. Du lebst noch! Wieso lebst du noch? Was ist denn das da? Sollte mich mal heilen... Wisst ihr was? Hilfe! Nun! Nicht gut. Alle so gut müder, so gut wie neu. Ich bin schnell gelassen! Keine Herausforderung für mich. Ich glaub, der kommt gegen mich an, hm? Nein, nicht. Nur ein Kerze! So! Es sind ja noch mehr! Gott! Außer das kleine ist nicht so schlimm. Da ist noch ein größerer dabei. Nee, du kommst nicht davon. Wo würdest du hin? Was ist das? Es ist ein Altar! Oh! Oh! Das ist nicht schlecht! Ähm... Rasten! Ähm... Zeit! Ich mag meine Buffs denn ich liebe meine Buffs denn ich liebe meine Buffs denn... Buff 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 Buff! Ich hab's wegen schon gezaubert, oder? So! Lass mich hier mal umsehen! Ich bin echt nöchtig, obwohl ich Labyrinth ist. Es könnte sein, dass es direkt in den Bergen ist. Es könnte durchaus sein. Das sind Hydras, nicht? Hydras werden noch ein bisschen zu stark sein für uns. Ah, noch mehr Hydras. Das könnte wirklich sein, dass es noch in dem... Mal sehen! Nein! Nur aufpassen, dass wir nicht... Verdammte Augen! Nur eine leichte Wunde! Dau! Nur ein Katze! Ha! Ha! Nur ein Katze! Sie machen verrückt! Klasse! Nur ein Katze! Okay! Aber ist nicht wirklich ein Problem, dass sie mich verrückt machen! Keine Herausforderung für mich! Oh, Minotarn Lord! Das ist nicht gut! Ja, ich speichere mal kurz! Minotarn Lord ist echt nicht gut! Gut, dass er festhängt! Ja, genau deswegen! Genau deswegen ist Minotarn Lord nicht gut! Wegen Böse! Du ein Katze! Oh, du Arschloch! Was ist da? Na? Die Minotarn selber sind nicht so schwer, aber diese Lord sind echt mies! Anführer! Anführer! Okay! Ich muss sehen, ob die Kleinen hier auch stecken bleiben! Ist hier interessant zu wissen! Der einzige, der nicht irrsinnig ist, ist mein Liech! Voll klasse! Nur eine leichte Wunde! Nur eine leichte Wunde! Macht die Anführer nicht auch was? Nur ein Katze! Anscheinlich! Hilft mir! War das alles? Nur ein Katze! Was war das? Was hat er gemacht? Ich wusste, dass die irgendwas machen! Was machen die? Ähh, heil mal schnell sein! Irrsinn! Könnte sein, dass sie schwächert sein! Bin mir jetzt wirklich nicht sicher! Okay! Aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke... Ich glaube nicht, dass das Labyrinth hier drin ist! Oh! Wo kommt die denn her? Oh! Nur ein Katze! Ha! Zwischen... Zwischen diesen, diesen ganzen Augäpfeln und Minotaurern rennen diese zwei Weiber hier rum! Wo geht's hier lang? Ich glaube wirklich nicht, dass er... Wo kann es noch sein? Hier oben! Ich werde hier mal rüberfliegen... Ja, hier ist nichts... Was ist so schlechtes... Ah! Was ist das? Hier sind wir richtig! Ah! Perfekt! Ah... Irrsinnheim... 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 Na, das war ja klar! Mal sehen, was uns... Konnte jemand mal die zwei da aufwöcken? Danke. Ja, ich hätte laden können, aber aufgeschissen. Nichts. Interessant. Was war an dem Labyrinth? Minotauri. War klar. Oh, die Minotauri-Anführer machen verrückt. Alles klar. Ist das nicht so schlimm? Kann ich rasten? Ich kann rasten. Ich kann rasten. Wir sind hier nicht sicher. Ich kann nicht rasten. Wenn da noch ein Anführer ist. Oh, fuck. Oh, fuck, fuck, fuck. Was ist denn das jetzt? Ähm. Ja, scheiße. Jetzt werde ich neu laden. Scheiße. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie... Ja, so... Nee, nee, nicht beide. Nö, Mann. Hilfe! Hilfe! Ach. Horror. Horror, 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 horror. Ja, das ist nur einer, Marco. Fuck you! Ich hasse diesen Zauber. Hilfe! Das ist doch beschiss. Absoluter Beschiss. Hilfe! Hilfe! Das ist scheiße, Leute. Das ist echt scheiße. Das ist scheiße. Gott! Ah, ja, ja. Komm schon. Gott sei Dank. Okay, danke mir. Der einzige mit dem ich wirklich ein Problem habe, ist denn diese... ...Minotaren in uns. Äh, heilt jemand seinen Irrsinn? Danke. Die werden echt böse werden. Alles klar. Nö, damit fange ich nichts an. Du hast kein Platz mehr. Ich kann nicht mehr drüber. Ja, ich weiß. Was ist das? Wo lang? Hier lang? Oh, fuck you. Oh, fuck you. Oh, fuck you. Oh, fuck you. Zwei, wirklich. Oh, fuck you. Oh. Äh... Zwei, wirklich. Wisst ihr was? Ich mache Pause für heute. Ähm, ich werde mein Inventar aufräumen und dann werde ich wieder hierher zurückkommen. Also, ich bin dein Metal Force. Ich hoffe es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.